Hallo und herzlich willkommen zurück bei KSLW Next Generation Ultimate Diggenskirchen. Grüße. Mit Kaden, ich bin Archer, Anführer der Gaugonites, Sota, Wolfi und dem Kaden. Ja, das müsste jetzt auch unbedingt sein. Ja, ich bin Anführer der Gaugonites. Kaden, ich bin Anführer der Gaugonites. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ah, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Gut. Na gut. Ja, wir wiederholen uns, okay. Na gut. Blümchen. Blümchen. Halt, sonst sieht es nicht so gut aus. Das sieht, habe ich, 1, 2, 3, 4. Der Spruch kommt auch schon länger nicht mehr. Ja, so. Ach, stellen wir uns mal gleich da drauf. Das habe ich doch gut an. Das habe ich doch in der Batio. Das hat jetzt aber gedauert. Nochmal. Kostet das eigentlich an? Hüpf. Okay. Da, 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 da. Brr. Dann. Oh Gott. Negativ Effekte. Oh Gott. Oh Gott. Kaden macht was Böses. Oh Gott. Ich bin Paralyzed. Ich habe Paralyzed 3 gerade bekommen. Von was? Was hast du getan? Nein. Ich kann mich nicht nach links und rechts bewegen. Ich kann A und D nicht benutzen. Ah. Jetzt da. Hä? Was hast du getan? Ich habe Mutanis Extremis hergestellt. Wenn du da zu nah beim Cauldron stehst, dann kriegst du negative Effekte. Nee. Doch. Echt? Ja. Mach nochmal. Mach nochmal. Boah, Alter, Zeig. Warte, okay, warte. Dann muss ich aber erst aufhören. Ich, ich gehe auch ganz nah. Also du kriegst, ich weiß jetzt nicht, ob die random sind, das weiß ich gerade nicht. Aber es kann... Wollte gerade sagen, die müssen random sein, weil normalerweise klebe ich immer mein Cauldron, weil ich Angst habe, dass mir das Zeugs aber wegfliegt. Ähm. Mutanis Extremis, muss man gleich nochmal, das kann ich bestimmt nochmal brauchen. Das kann man immer brauchen. Blup. Zap, zap. Viel Spaß. Hi Creeper, du brennst. Brandtest. Ja. Ich habe nur Snowness. Das habe ich auch. Ich sage doch, die Quackness sind so. Sogar da hinten. Ja. Das ist voll brutal. Und dabei soll eigentlich der weiße Kreis abhalten. Extremis hast du hergestellt jetzt. Ich dachte, du das normale Mutanis. Nein, nein. Ich brauche Extremis für... Beim Extremis gibt es ein bisschen ab und zu mal Effekte. Manchmal. Ich brauche mehr. Manchmal, aber nur manchmal. Abendfrauen, ein kleines Späschchen, hau mir gerne. Jetzt fängt er an zu sehen. Ja. Halt. Die Hütte schon belegt. Nein, ist gut, dann ist das jetzt meins. Acht und vier davon. Gut. Ich bin so slow, obwohl eigentlich merkt man es gar nicht, weil ich... Ach, ich bin immer noch slow? Echt? Oh. Ich habe gar nicht gemerkt. Hat jemand eine Axt für mich? Ich habe eine Lambe. Ja. Mach dir doch eine. Sag mal, wir haben es doch. Ich habe doch eine normale Axt für dich. Boah, leck. Dann halt. Halt. Nochmal sieht. So, jetzt schauen wir mal. Die Stunde der Wahrheit, Alter. Solünder. 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 Oh Gott, bitte. Das kann ja nicht sein. Ich habe genau das gleiche gemacht, abgesehen von den Ringen. Nein! Kommst du her. Klappt. Jaaaaaa. Wo standst du? Ich tue dir mal deine Pew Daisy in die andere Kiste. Tschüss, Wolfi. Hoch. Wolfi? Ja. Magst du nicht mehr mit uns spielen? Ja. Niemals. Also nein. Also hä? Äh, äh, äh. Lennah ist das... Aber wie schutzt das noch? Weil ich welche bin. Ha, ha, ha. Nicht mit dem Ton voll. Nicht in diesem Ton, junge Frau. Junge Dame, ich kann auch eins. Haben wir noch so einen Open Blocks Tank? Äh, nee, ich glaube, die habe ich alle verbaut. Wenn das wirklich den Fallen Shark sein muss. Aber nein, das kann nicht sein. Ich habe es auch falsch gemacht. Wow, okay. Ich habe es auch mit weiß getestet. Das ist schon mal ein Leck. Uh. Ich glaube, ich mache es schon mal Brötchenkreis. Warum zum Fickbruch funktionierst du nicht? Scheiß doch die Wand an. Ich mache es auch mit roter Kreide, das gibt es doch nicht. Obwohl es daran nicht liegen kann, weil ich habe es eigentlich auch mit weiß getestet. Und ich sage, ich drehe ein Loch, drehe ein Loch, drehe ein Loch, drehe ein Loch. Und sage jetzt bloß nicht ja. Ähm, ich habe nichts verändert. Äh, Kaden, hast du mal Feuerchen? Hast du Feuerzeug dabei oder so? Ich glaube, ich habe es dabei. Kannst du mir kurz Feuerchen machen? Liegt. Feuerzeug liegt. Ah, da. Ich fackel jetzt zwar gleich die Hütte ab, glaube ich, aber... Bist du des Wahnsinns? Ich bin dagegen. Ja. Okay, machen wir doch die Chor. Weiße, Blazepot, der Netherboards. Weiße habe ich noch. Netherboards habe ich. Ich brauche Platze, Puder. Ja, ich fackel die Hütte ab. Auf jeden Fall, Scheiß. Alter. Was machst du denn da? Und vor allem, wo? Ich habe einen Wassereimer, ich lösche. Wo? Was doch, meine Güte, regt euch doch nicht gleich alle auf. Doch. Meine Herren. Weil du. Das ist schon Mitternacht. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond. Ah, okay. So, dann geht's auch. Okay. Ich fack mich da jetzt auf. Flames gemacht. Das ist so nass. Huch. Weih. Ich glaube, ich brauche noch einen Spreader. Ja, ich glaube, ich brauche noch einen Spreader. Ist das ein Mana-Paddle oder ein normales? So, ich... Normales. Danke. Bitte. Außer du machst den erweiterten, aber so weit sind wir noch gar nicht. Äh... 6 und... Nein. So, dann machen wir es halt jetzt rot. Und Gold war das Gold. Gut, dann stellen wir uns halt jetzt hier hin und warten. Ja, warte mal. Das kann noch eine Weile dauern. Und gucken so dazu, was Soda macht. Spannend mit Leib und Seele. Außerdem andersrum, so rum. Genau. Genau. Ich glaube, es soll hier hin. Das ist okay. Ich brauche den Wohren. Ickiii. Nee, eigentlich... Moment. Du hast da noch einen Mana-Pool. Ja, das ist doch perfekt. Komm mal her. Also, komm mal her. Also, komm mal her. Ja. Ähm... Scheiße, kann ich sein? Das ist kein Refinity-Wool mehr. Ja. Ich glaube, ja. Gibt es eigentlich noch was Größeres als den Mana-Pool? Nee. Nein. Mehrere Mana-Pools. Tss. Das... Ja, so gesehen, ja. Das Glück habe ich noch mal Mutternas Extremes gemacht. Das aber mal schauen. Ich drehe noch durch hier, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Ich habe es da vorhin kurz gezeigt. Es funktioniert. Unhöchst. Ja. Das ist nur eine Illusion. Ja, das... Da fürchte ich langsam auch. Ich habe das geträumt. Ich schaue mir später die Aufnahme an und es ist gar nicht passiert. Aber ich habe doch... Aber... Aber ich habe... Man muss... Der Nente am Voraus die Folge so und dann so... Hä? Wie jetzt? Wie, das war gar nicht dran. Ähm... Verdammter, da ist es. Sie leuchtet, sie leuchtet! Finde ich... Dinsen. So, wie war das? Ähm... Eine Kuh... Killen? Oder wie war das? Ja. Irgendwas killen. Irgendwas, was in der Nähe ist. Genau. Gleich erst mal eine Wither-Hexe. Läuft bei dir. Viel Spaß. Ich helfe dir nicht. Ich war jetzt heute voll nett und so, aber ich habe andere Probleme. Wow. Hey, Wither-Cat. Nur Spaß? So. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann... 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 Dann beende ich hier. Nein. Ich bin nicht verlassen. Dann bin ich über den Latein am Ende. Hallo, Spinny? Ist du doof? Ja? Gut. Irgendwas passt nicht. Irgendwas ist... Es ist schwarzer Dampf. Es ist... Irgendwas stimmt nicht. Also, es ist kein grüner... Es ist nichts Grünes da. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß aber nicht was. Waaah. Haben wir alles erwischt? Ja. Sieht gut aus. Warum nicht? Habe ich irgendwas... Ich habe doch... Genau, schallt du mal deinen Ring ein. Oh, hier unten ist noch eins. Ups. Stopp. Gut. Und jetzt machst du dir Erde. Beziehungsweise hier bekommst du schon mal was von mir. Das war sehr schlau. Und das bekommst du auch. Und jetzt darfst du die Lücken füllen. Genau deswegen wollte ich das nicht in der Nähe machen. Aber nun gut. Weißt du, was du tust? Das tut ja auch noch mal raus. Manchmal. Ja. Ich schmeiß dir jetzt mal alles ins System. Was denn? Das Zeugs. Die Erde. Oh, Wolfsbane Seeds. Halt, warte. Ich habe ein paar Seeds reingeschmissen, die da nicht reingehören. Mandrake. Die kann drinbleiben. Das ist Witchery. Das kommt zu Kadeen. Dies und das. Sollte vielleicht nicht die Cust Earth beisetzen? Nein, solltest du wirklich nicht. Nicht, nicht. Oh Gott, ich glaube es ist... Oh nein. Ja! Da ist es. Da ist das Ding. Schau mal so da. Schau mal so da. Schau mal so da. Du bist ein Creeper. Achso. Yay. Ich hoffe es. Yay. Das ist falsch. Ja. Da. Ich wollte es einfach so wegschmeißen. Endlich. Toll. Was hast du falsch gemacht? Für Heel musste es wirklich die Feuerkreide sein. Nein, nein. Das einzige, was ich jetzt noch zu sich verändern habe, ist, ich habe noch ein bisschen mehr Power dem Altar zugefügt. Wie denn das? Ich habe noch ein bisschen Gras, also ein bisschen Grundsatz rumstehen jetzt. Ups. War da eins. War da eins? Nein. Sieht mir das auch? Nee. Weil ich bin ja auch feuerfest. Von Natur aus. Von Natur aus, stimmt. Das passiert wahrscheinlich nicht. Okay. Das waren nette Effekte. Und vor allem verdammt laut. Sieht doch cool aus. Oh, oh, oh. Das übersteuert der Halleluja. Okay. Warte mal, ich will auch sehen. Ich will auch sehen. Ach Gott. Leck. Nimm mir diese Extrawürste. Wo bist du? Komma! Würste. Ui. Nein, mein Feier. Was ist denn, ist mir so heiß jetzt da? Carden, ich glaube, dir brennt der Kittel. Pff. Sagt mein Opa immer. Ja, ja, damals. Ich glaube, dir brennt der Kittel. So, Carden, da du ja jetzt mit deinem fertig bist, könntest du mir etwas machen? Nein. Ich bin noch lange nicht fertig. Das war nur ein Teil davon, mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Außerdem, ich hatte eine Frage, wie finde ich die Linsen für die, für die, ne? Ganz kurzes Buch, ich muss gerade selber schauen. Buch? Aber stimmt, ich könnte die Thermalimäß Lillies in dessen füttern. Meiner lernst du es, oder? Äh, ja. Such doch einfachen, such doch einfachen Dinge. Wer ist im Index? Lenses. Ach so. Oh. Da. Im Index kann man suchen? Ja. Type to search. Lenses. Katsache. So schreibt man das. Okay, nein, da schon mal nicht. Index. Ach da, Index. Rechts unten. Ja. Jetzt tippe ich Index. Steht das auf dem Index? Ach, Mana-Stil. Okay, Mana-Stil, Gaspance, und dann will ich... So, jetzt wird mich dann noch ein Treppenvorschlägen. Da muss doch besser... Brauch ich... War das? Fire. Eins würde mich dann doch noch interessieren. Genug Mana-Stil? Ja, das können wir gleich ändern. Was sieht das? Das muss ja trotzdem von Züren. Das hat ja auch irgendwann anders funktioniert. Ich glaube, es wird bald Zeit für neue Pools. Brauch mehr Pools. Das reicht mir nicht. Das ist extrem. Dankeschön. Das reicht uns nicht. Ja, ich bin schon bald so weit, dass wir mit den Elfen kommen. Also, wenn wir dann genug Terras-Stil noch hätten. Ich wollte gerade sagen, Terras-Stil. Da verbrauchen wir halt Mana. Das ist das Einzige, was uns gerade mangelt. Nein, nicht wirklich. Es geht gerade hier etwas ein bisschen schnell. Ich stimmte, ich habe noch gar nicht geschaut, was du alles aufgebaut hast. Na, jetzt habe ich erst mal alles wieder verbraucht. Ich habe ein paar Blöcke Mana-Stil gemacht. Okay. Ja, okay, Mana-Stil ist jetzt auch nicht wirklich. Ja, okay. Ja, aber ein paar Blöcke brauchen auch ein bisschen. Das war jetzt die richtige Linse. Gut. Und jetzt? Euer Marsch. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Fresst und sch... Los. Ich habe das Toll hier auch dabei. Möchte ich den Start noch? Verdammt, den habe ich wieder weggelesen. Jetzt will ich gucken, wie das geht. Hier sind rote Hühnchen. Ah, äh, die... Ja. Ach, die Rooster? Ja. Oh mein Gott, der Mana-Spreader ist einfach übervoll. Zeig mal deinen Namen. Ja. Hi, Lox. Ich komme mit meinem diabolischen Kreis. Ich muss weg. Ach du Scheiße. Oh, ähm, ja, zwölf Endo-Flames sind dann, glaube ich, doch etwas... Okay. Scheiße. Boxer, ist klar. Ja. Schaust dich... Ich schaue mich nur. Ich scanne. Hat doch die Band auch. Ach, du machst die Boundcraft gerade. Ja. Das sehe ich ja nicht, weil ich sehe ja nicht, was du in der Hand hältst. Richtig, Creeper. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie man am besten... Sand, Wasser geht am Anfang, Steine geht am Anfang, Fackeln geht am Anfang. Ja gut, das habe ich ja, das habe ich schon. Du kannst auch selber zusammenmixen, woran du dich noch erinnerst, dann geht das auch ein bisschen schneller, wenn du den Table hast. Das ist nicht mehr... Das schwierigste ist, dann Leben zu kommen. Weil das ist eigentlich, ja... Das ist der nächste größere Schritt. Dabei kann man das selber machen. Terra Water. Also Terra Aqua, um genau zu sein. Wenn es noch so ist, weil die haben es ja auch schon wieder zigtausendmal umgeändert. Ne, ne, das ist noch so. Sie haben ein paar andere Sachen geändert, aber nicht alles. Darum, darum finde ich es ja gerade so interessant, weil Farmcraft ja viel verändert wurde, darum möchte ich gucken, was es alles Neues gibt. Ja, vor allem das mit diesem Obelisk-Gedöns da, ist auch jetzt dabei. Ja, mein zweiter Struck of Luck. Ähm, gut. So, eigentlich das, was ich wirklich machen wollte, nämlich ein Death Protection Puppet. Ach du Scheiße. Ach, das war das, was du in Trust in Betray benutzt hast, gell? Für ein Blau. Beziehungsweise, die eine, die hatte ich ja geschenkt bekommen, weil ich ja in einer Woche, äh, keine Ahnung, Most Valuable Player war, weiß ich, wie wir das nannten. Äh, Blau? Verdammt. Okay, das kann ich schon mal nicht machen, mir fehlt das nötige... Wie fehlt die nötige Erfahrung. Wie fehlt die nötige Erfahrung? Wie fehlt das nötige Mana dazu? Komm, gib mir mal kurz die Linse, lass uns mal Linsen tauschen. Oh, Black, okay. Vielleicht hilft das jetzt. So, ach ja, plötzlich soll ich nur noch beinen können. Ähm, ach, wie geht denn das, wegen das nochmal? Wie heißt denn das? Needle? Ich hab Darkwood gefunden. Oh, Needle, genau. Dunkel. Hab ich nicht schon wirklich gemacht, eigentlich? Doch hab ich. Und... Ähm... Wie, ihr stellt schon nicht mehr her. Echt jetzt? Der Glück geht's. Bilasflaschen. Ja, Futter. Und du? Ja, perfekt. Ah, okay. Könnte man am Anfang noch scannen. Kohle, Eisen... Kohle, Erz. Vergiss die Erze nicht. Ja, gut, dafür muss ich dann runter. Haben wir noch ein normales Mannschaft-Bett? Au. Au, warum bin ich? Oh. Hat du Hunger? Natürlich hat's einen EMC-Wert. Also alles, was aus Nillersachen oder aus Sachen mit EMC-Wert besteht, hat meist selber einen EMC-Wert. Außer du benutzt jetzt Maschinen dafür, um es herzustellen, die kein EMC-Wert haben, oder es ist ein... eine Zutat dabei, die kein EMC-Wert hat. Dann verliert das Ganze an EMC. Okay. Ähm... So, jetzt pauschal mal so gesagt. Hatten wir nicht irgendwo eine Wolle? Wann, hätte ich... Ja, vielleicht... Du hattest Wolle. Aber Zara hatte die nicht ich. Snow. Wuhl. Ah, Wuhl. Das wollte ich doch. Ich wollte aufhören, böse Blumen abzuschlagen. Lass Blumen? Ja. Mhm. Alter, wo bist du denn schon wieder, Wolfi? Ich brauch mehr Essen. Wolfi ist einfach... Ich brauch mehr Essen. Scheinbar. Oh Gott. Nein, ich brauch... Ich brauch... Ich brauch Pfeffer. Und ich... Haben wir nicht. Vielleicht brauch ich... Wie spät ist das für heute Mittag? Verdammt. Das ist verdammt neblig hier. Wolfis Baum wurde halb von den Munch-Dew aufgefressen. Welcher Baum? Der mit den Durien dran. Dann, dann, dann. Ja, okay. Ah. Mäh. Südelen. Das und das. Botania macht dem nach. Das ist doch mal. Wo ist die Schere? Ich... Das ist grad wurscht. Hatte ich nicht auch? Ich brauch den... Kreis, okay. Ich muss nochmal... Da ist die Flower Pouch. Ist da was drin? Nein. Tschüss, Loks. Tschüss. Äh, wir müssen die Folge beenden übrigens. Stimmt. Tschüss, Loks. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Tschüss. 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 Tschüss.